Kein bisschen, kein Stück. Nope, nichts mehr. Okay, hab zum Leuchtturm. Das heißt, die wurden hier vor kurzem angegriffen und sind zum Leuchtturm geflüchtet. Dann wurden die am Leuchtturm angegriffen und sind dann zum Strand geflüchtet. Und dann sind sie zum Boot geflüchtet und dann sind sie abgehauen. Wer weiß, wer weiß, was alles noch so passieren wird. Boah, hier so offen auf der Straße rumzurennen, hier kann ein Sniper stehen, hier kann alles stehen. Hier ist aber nix. Hä? Ich muss wirklich zur Kathedrale. Wir wissen, dass die beim Leuchtturm sind, ich soll in die Kathedrale. Gut, wir müssen wahrscheinlich außen rumlaufen, weil, ne? Zeitschinden und so. Spielen, die Länge ziehen. Vielleicht erfahren wir ja trotzdem was. Na, ich scanne lieber voraus, ich renne hier nicht so rum. Aber auch hier ist keiner. Ich kann nur nicht mal runterspringen, okay. Wohin? Wohin, wohin, wohin? Oh ja, mein Gott. Oh ja. Oh, ich hab recht, das ist kein Aua. Ah, das ist ein, ne? Ja, 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 ihr wisst, was ich mein. Aiden unterbrücht das Ganze. Wo sind sie? Es ist ein Kind, was verletzt ist. Oh mein Gott, es hat sich nach was ganz anderem angehört. Oh, da tut mir leid. Was für ein Actionrecher-Sprung. Was für ein Actionrecher-Sprung. Wie einfach ihr vertraut. Warum ist die nicht einfach um die Ecke gegangen und Aiden hätte alles gemacht. Kann Aiden noch anderen helfen? Ich mein... Kann er. Er kann jedem helfen. Ich dachte, er kann nur ihr helfen. Eiles. Er denkt, es ist Voodoo und er schießt sie. was für ein Actionrecher-Sprung. Was für ein Actionrecher-Sprung. Rujli. Der Mann hat sich nicht auf den Anruf. Der Mann hat sich nicht auf den Anruf. Sahira. Das ist Sahira. Wie kann man das machen? Tut mir leid. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim. Salim. Ach, dein Name ist Salim. Salim. Jody. Ähm. Jo... Jody. Jody? Ja. Ja, Jody. 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 Oh, shit. Ich glaube, wir kriegen das. Ich glaube, wir kriegen das. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu auffällig. Mit dem Kind an der Seite. Das für die Epic. Wir machen alle fertig. Komm schon, Aiden. ausgenlockt. Ausgenlockt. Oh, baller einfach blind rum. Bringt so viel. Die. Die. Da ist die ganze Lebensenergie weg. So, was ist es mit euch, Typen? Na, ist noch einer. Ausgenockt. Malerweise könnten die mit dem Kaliber, was die da drauf haben, alles zerballern. Alles. Hier, da. Die Wand ist doch perfekt. Das ist wahrscheinlich immer noch viel zu... Ne, wir können es. Wir können es machen. Boah, ich bin ein auseinander und übernehmen ihn. Auch wenn das keinen Sinn ergibt. Boom! Oh, diesmal schießt Jody selber. So, so was ist sie also auch fähig. Der weiß Bescheid. Oh! King Hell. Au! Okay, wir müssen ausweichen nur. Boah. Vor allem mit dem Zielgestell hätte sie ausgenockt sein müssen. Fucking Hell. Ich weiß nie, ob sie es blockt oder ob sie ausweicht. Machen wir das Ganze ein bisschen spannender. Das war mit Abstand der schlechteste Kampf, den ich bisher im Spiel hatte. Jetzt muss einen eingreifen. Was denkt er jetzt von hier? Ich war mir nicht sicher. Er hat geschlagen mit dem Messer, dass sie es ausweichen. Dann ging sie ein bisschen näher ran. Dann habe ich gedacht, okay, auch ausweichen. Nee, konter. Goddammit. Die Sonne geht auf. Jetzt wird es schwer, hier nicht entdeckt zu werden. Der Turm. Der Turm ist da drüben. Da muss ich jetzt hin. Stimmt. Eiden ist ja mal da. Und der Kurze auch. Oh wow. Am Tag gibt es also schweres Geschütz, ne? Was aber kein Problem ist. Wo ist der Kurze hin? Ist verschwunden. Hier geht es nicht durch, hier geht es nicht durch, hier geht es nicht rüber. Ah. No, können nicht helfen. Gucken wir mal. Wir können denen nicht helfen. Was ist das? Oh, die haben alle Waffen. Okay. Das ist ein bisschen überflüssig, da zu helfen. Die Richtung ist schon ganz okay, die rechte. Aber der Typ, der guckt mir ein bisschen zu viel. Sagt der Kurze. Der sichere Tod da hinten. Und wir gehen da auch hin. Das ist das Klo. Renn! Warum haben wir nicht einfach ausgeschaltet? Zum ersten Mal fangen wir damit richtig Kugeln ab. Das mit der Polizei zählt nicht. Das ist eh so blind vertraut. Das ist generell in dem Spiel richtig genial. Normalerweise wird immer gesagt, oh, du, sie ist geist da. Du hast irgendwie jemanden, der dir hilft. Du bist bekloppt. Komm ab in die Klapse mit. Und hier glaubt irgendwie jeder. Und will sie untersuchen. Wie Wahnsinn. Komm. Kann mir nicht helfen. Wir sollten nochmal schnell machen. Wenn die alle erledigt sind, sind wir dran. Und runter. Anstatt, dass die sich ganz normal fallen lässt. Nein! Direkt actionreich springen. Direkt viel Krach machen. Richtig hoher! Aidenpower! Warum ist er wieder rausgegangen? Okay. Viel zu einfach. Oh mein Gott, der würde ihn abstechen. Willst du mit dem Messer? Oh, da gibt's Kuchen. Du bist der Kuh. Jetzt der Fahrer. Während er sitzt. Voll in die Kehle. Ja. Oh, jetzt crashen wir mit dem Auto da hinten rein, hä? Gas geben. Gas geben. Wir steigen sogar auf. Dann bleibt man aber schön unten. Wie cool, dass so ein Kind mitkommt. Das ist richtig super. Irgendwie müssen die beiden überleben. Die Mission. Kleines Zwischenlade-Dingens, hä? Scheiße, das Kind, das er miterleben muss, aber... Wenn die sich gegenseitig helfen... Warum soll ich nach vorne gucken? Ist mir scheißegal, was da ist. Dass Ima Aiden auch versucht zu beruhigen, finde ich irgendwie komisch. Oh, der Arme. Ich mein, Aiden kann das ja so ziemlich egal sein. Und tschüss. Können wir denn machen sollen? Warum schießen die nicht? Jetzt geht's rund. Den nur einfach schießen können. Fick mit dir den Pisser. Holy shit, das ist geil. Komm schon, tritt ihn doch runter. Okay. Der Ding sieht nur aus. Oh mein Gott, das ist so geil. Gib's dem Kerl. Wenn von mir aufrauf werde ich gemacht. So muss das sein. Dropkick. Oh oh. Fucking spring. Irgendwie hat Jodie Superkräfte, echt. Lass die nicht irgendwie hin und her fahren. Die versuchen abzuschütteln. Wow. Der knallt jetzt nicht den Fahrer ab. Ich checke, dass die nicht einfach schießen. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das erzieltаться. Das erzielt jetzt. Das ist klar. Ich bin der Schuss. Wir kommen hier. Vielen Dank für's Zuschauen!